Pier Paolo Caponi ist ein italienischer Schauspieler. Leben Bis zum Ende der 1970er Jahre spielte er in zahlreichen Kinofilmen, wobei er bedeutende Arbeiten von Paolo Taviani, Valerio Zolini, Nelorisi und anderen mit reiner Kommerzware, darunter zahlreiche Kriminalfilme oder eine seiner seltenen Hauptrollen in der Comicverfilmung Mr. X, mixte. Dabei verwendete er manchmal das Pseudonym Norman Clark. Ab 1977 wandte er sich verstärkt der Fernseharbeit zu und spielte auf der Bühne, wo er Ruhr, unter Nello Rossazzi in August Strindbergs Gläubiger oder unter Antonello Agliotti in Anton Tschechows der Kirschgarten gute Kritiken bekam. Zu Beginn der 1990er Jahre kam er nach einem ambitionierten Projekt für das Schulfernsehen der Reihe und nun in kleineren Rollen, wieder häufiger in den Besetzungslisten von Kinofilmen vor. 2003 zog er sich ins Privatleben zurück. Seit 1975 ist Caponi mit Schauspielkollegin Mara Venier verheiratet. Filmografie 1965 Uno Mo Amita 1966 Johnny Madoc 1967 Herz König 1969 Note 7 Die Jungen der Gewalt 1970 Bataillon der Verlorenen 1970 Das Gesetz des Schweigens 1970 Schach der Mafia 1971 Marschbefehl zur Hölle 1971 Die Neunschwänzige Katze 1972 Das Rätsel des Silbernen Halbmonds 1974 Abwachen kennen keine Furcht 1977 Antonio Gramsci Die Jahre im Kerker 1991 Im Namen des Vaters und des Sohns 1991 Michelangelos Genie und Leidenschaft 2003 Der Damm des Teufels Der Damm des Teufels